Yo, Peace Leute und Willkommen zum vierten Part von Verlust Crowds Online Devices Und wir müssen Heuler finden, den Affen von der lieben Larissa Und ja, das heißt hier die zweite Session, die ich jetzt aufnehme und bin jetzt ein bisschen informierter Also was heißt informierter, eigentlich nicht, aber eins habe ich herausgefunden Und zwar hätten wir am Anfang einen Bogen bekommen sollen Also ja, was heißt bekommen sollen, aber man hätte ihn finden können müssen Ist ein Gegner, anscheinend Und auf jeden Fall haben wir das nicht, was ein bisschen blöd ist, da müssen wir uns einen kaufen Sobald wir das Geld haben und der kostet glaube ich so 600 irgendwas Also das wird jetzt nicht so lange dauern, bis wir das zusammen haben Aber okay, der will ja auch hoch, aber es geht wohl nicht Aber weh, das ist jetzt schon wieder, muss ich jetzt hier den normalen Werk schon wieder gehen Servus, Brigant, was up Zack, kriegst du einen rein Batschum, kriegst du das hier Bum, Junge, was für Stress Finde es ein bisschen komisch Äh, dass man nicht alle durchsuchen kann Das, weiß nicht, fände ich, fand ich immer so cool Das finde ich jetzt ein bisschen schade Ach, hier geht es rein, ganz einfach Und ich habe mich da, ein paar Mal in dem Fall schon weggelaufen Aber wo stand eine Ratte? Kisten sind leer, hier ist das Seegras Truhe vielleicht einen Bogen Nein, Dietrich, toll, dass ich da mit einem Dietrich Hinkohund, ja, kommen wir den Honig auch noch mit Und kommen die Mate auch noch Und da ist er Was machst du hier? Was geht? Was geht? Ja schon Deine Mutter Nein, wie habt ihr das gemacht? Mich an euch anschleichen? Das ist nun mal meine Art Ja, und deine Art Ich feld mir nicht Ja, also ich mag es nicht, wenn Leute an mich anschleichen Ich bin hier, um Lerisa, die Gerissene, zu retten Sie ist Kapitän der Jungfernhauch Na, perfekt Oh, nee, das glaube ich ja nicht Das ist ja asozial Nun gut, wie lautet der Plan? Wir werden meine Mannschaften als Seedrachen verkleiden Nehmt diese Kleider Sucht nach einem korpulenten Bretonen Einen grießgrämigen Rotwardonen Und einem großen Ork Die Drachen halten sie in den großen Gebäuden gefangen Trefft mich bei Helanes Schiff, sobald sie befreit sind Was ist, wenn ich eine Verkleidung brauche? Sucht in den Wäschekörben nach passender Kleidung Oder tötet einen Seedrachen und nehmt ihm seine ab Sie sollt rüber, um nicht weiter aufzufallen Oh, aber achtet auf die Seedrachen mit den Fackeln Die sind nicht betrunken Ah, das ist natürlich schade Wir können nicht betrunken sein hier Entdecken Sie euch und alarmieren die anderen Ich verstehe Fangen wir an Denkt daran Ihr findet Kleidung in Wäschekörben oder an toten Seedrachen Okay Haben wir die Seedrachenverkleidung Und die sollen wir jetzt anlegen Oder wie sehe ich das? Hier Aufmachung Seedrachenverkleidung Swag, swag, swag Nice Alright Dann haben wir den Schüssel hier Und jetzt sollen wir hier verschiedenste Leute Äh Finden, retten, wie auch immer Den wir erstmal finden und dann retten Das dürfen wir hinkriegen So, da ist eine Äh, ich hab gedacht, du wärst jetzt eine von denen, die ich retten soll Aber bist du nicht Ich mochte ihn Der einzige Pirat, den ich kannte, der Ratten mochte Okay, wow Jetzt sind die Piraten, die ihn ermordet haben, Rattenfutter Passt irgendwie, nicht wahr? Das, äh Ciao Ja, also wirklich Fantastisch Warum habt ihr Lebensbalken? Warum habt ihr Lebensbalken? Okay Ähm Da ist eine Ratte So Hier neben Zu Riesa will ich jetzt nicht Da gibt's bisschen Beef Bumm Zack Verzing, Junge Bisschen mitgeholfen Hier noch die Truhe durchsuchen Vielleicht im Bogen drin Obst sie die an Ich bin ein Bogen So, lasst Grinor Irgendwas frei Moment Wir schleichen uns an ihn an Babum Babam Sänger Kurz Babam Und dann Pataku, Junge Ach, ein Schild Ja, Schilde finde ich hier 45.000 Aber ein Bogen nicht Ich finde das so cool So geil Richtig Keine Fähigkeit Du bist also nicht betrunken Ciao Spaß Das geht So Wir müssen Stress machen Als hab ich hier irgendwie Warum sneaky Ich will doch EP EP Und nochmal EP haben Okay Die Verkleidung hab ich zwar schon Aber ich nehm sie gerne nochmal mit Oh mein Gott So Dann hin Auf die Fresse Boom Und jetzt sind wir uns zwei Fähigkeiten nochmal Dann Wir sind draufknallen hier Gold Alles klar Die hat das gar nicht mitbekommen Dass wir gerade eine Niedergeschlagen haben Es geht Alles fresh In Wo bist du denn Stirb einfach Stirb einfach Eisenstreit Axt Nehmen wir mit hier Brauchen wir zwar eigentlich nicht Aber da ist einer Der Crenard Dorthin Lerisa hat mich geschickt Nehmt diese Verkleidung Und verschwindet von hier Abwartiger Darauf würde ich mich aber eigentlich auch Ziemlich freuen Also wir fänden schon ziemlich Super geil Lass mich euch von diesen Fesseln befreien Haltet euch von Hila nie fern Siehst du Ich immer So dann haben wir schon mal einen hier frei Hat er sich jetzt eine Verkleidung von mir geschnappt? Weil ich hatte ja zwei Ja Ja Hallo Ähm Das heißt ich muss noch mehr finden Wo findet man die? In Wäschekörben Hat er ja gesagt Die werden wir denke ich mal schon noch finden Oder wir können sie ja anderen abnehmen Oh Ne ich will nichts machen Ich will keinen Matze machen Dann wollen wir mich noch hier kurz umgucken Alles klar Hier ist wohl nichts mehr Dann gehen wir mal hier Lassen wir den Hayadon als nächstes frei Entschuldigung Es tut mir wirklich wahnsinnig leid Dass ich hier wieder am rumhuschen bin Wie sonst noch was Oder kann ich nichts dagegen machen hier So Da ist er Der Hayadon Oder die Hayadon Besser gesagt Nein es ist echt ein Erro Hallo Lerisa hat mich geschickt Ich habe eine Verkleidung Die ihr für die Flucht verwenden könnt Ich wusste Dass sie mich hier nicht verrotten lässt Ja aber er ist mich jetzt hässlich bezeichnet Sagt der mit Frauenhaaren Die Seedrachen Haben die letzten Stunden damit verbracht Mir die Finger zu brechen Geil Ich kann zwar kein Schwert führen Aber wenigstens kann ich auf meinem Weg hier raus Noch ein paar von ihnen erwürden Lasst mich euch losbinden Diese Seedrachen sind eine Schande für die Piraten Da ist einer Mach ich Mach ich So Zack Und dann ist der erste schon mal tot Und der Brigant Auch noch den hier Und dann noch den hier rein Dann wissen wir noch Oh Da hat er mich aber weggestoßen Hier der Pisser Zack Schon beschwägt Du Pisskopf Melone hat er für uns Okay Konnte nur einen durchsuchen Ja der hat genau Der hat meine letzte Verkleidung mitgenommen Den Wäschkopf kann ich nicht durchsuchen Und deshalb greifen die mich jetzt auch sofort an Sobald die mich sehen Getränk Getränkschlauch Alles mit was du kannst hier Keine Ahnung Ich brauche hier einfach noch eine Verkleidung Da kann man aber die hier doch schön töten Dafür sind sie doch gedacht Hier Witch Also ich wäre in Angriff Die hauen mich wirklich zurück Ich schießt dann irgendwas Oh Oh die hat einen Bogen Das wäre doch mal was jetzt für uns Jetzt haben wir das hier rein Dann noch zack das hier rein Und komm Warum hast du keinen Bogen für mich Da liegt ein Bogen Guck mal Warum kann ich den nicht nehmen Was besteht die Gegenstände Sterbt Ausrüstung Haltbarkeit Okay Ich bin aber noch nicht gestorben Wir haben irgendwas neues bekommen Hier Hände Das hier natürlich Rüstung Und sonst Wir haben keinen Bogen Was extrem nervig ist Tatsächlich Ich hätte echt gerne einen Bogen Wo kriegt ihr jetzt hier irgendwo Oh Voll doch nicht Was willst du Zack Boom Komm du kleiner Halsabschneider hier Weg bist ey Schlüchchen des Lebens Und Eisendolch Ich will einen Bogen Zack haben wir die nochmal mit Die Fresse gegeben Durchsuche sie doch Ein bisschen Gold Ich will hier eigentlich noch eine Verkleidung haben Die spawnen ja immer wieder ne Ich denke schon So jeder erste Halsabschneider Die können ja die Verkleidung Klopfen soviel ich weiß Ich will da hinten die Bogen Tust du eigentlich nochmal erledigen Das spawnt doch neu Ah egal Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Dann gehen wir erstmal hier Zum Mekak Rubuk heißt der Liebe Dude Gehen wir mal zu dem Und da werden dann ja auch Gegner drin sein Dann erledigen wir die einfach Und dann So Tot bist du Da liegt noch einer Genau Babang Junge Warum droppst du keine Verkleidung Biskopf Ihr Biskopaten ey Oh die hat einen Bogen Den will ich haben Wo bin ich jetzt Sie ist schon mal tot Warum kann ich die nicht durchsuchen Ich will die Ich will die Ich will die einen Bogen einfach haben Hallo Herber Du hast einen Bogen Schön Gib mir mal einen Da ist der Keine Ahnung wer ihr seid Aber ihr solltet abhauen Wenn ihr nicht wollt Dass die Seedrachen euch ausweiten Larisa hat mich geschickt In diese Verkleidung Und schleicht euch raus Noch einer von Helanis Tricks Mich erst freilassen Um mich dann zu jagen Und bei einer Tod zu bringen Also ich habe jetzt anscheinend Doch noch eine Verkleidung dabei Alles klar Ich werde das Risiko eingehen Und versuchen Nach Hundingshafen zu flüchten Das ist echt Bisschen komisch Er sagt so Helanis Tricks Und dann sagt er uns Genau wohin er flüchten Blah Okay Lasst mich euch losbinden Trefft Larisa Machen wir Servus Es geht Alles fresh Achtung Da müssen wir blocken Oder beziehungsweise Einfach abhauen dann Schleichmantel kann nun Verschattenmantel Kann nun verbessert werden Alles klar Szenenklinge Kann nun verbessert werden Die hier kann ich irgendwie Nicht durchsuchen Na egal Oh da ist noch einer Moment Lass mal hier Hä Ach da Oh ja jetzt ist er tot Ich will auch einen Bogen So wie der sagen ja aber alle ledigen diese angriffe machen das ist unglaublich eisenbieden hände ich will nun bogen gold habe ich eigentlich kann man denn das gucken bei mir da ja 388 und 600 und irgendwas brauchen wir irgendwie 600 irgendwas um uns den punkt zu kaufen in der city in deutschsturz kommt nämlich auch noch ledigen hier alle müssten aufs maul kriegen die dies verdient haben jetzt alle verdient hier unter menschen das war wieder unsere fähigkeiten hier haben wir geblockt hier weg mit dir er muss ein bisschen mit blocken arbeiten ich bin nicht da ich bin immer da ausweichen kann ich auch ich weiß aber irgendwie benutzt sich das nie umgefallen einfach so gefallen hallo da ist ja noch einer einfach so nieder oder reicht aus sehr schön aber hat keine chance gegen uns juli bei kleidern oder bekommen können wir die sogar anlegen vielleicht nicht fertigkeiten wobei wir zwei punkte haben aber die will ich noch ein bisschen aufsparen ja immerhin rüstung das heißt wir nehmen die auch ein bisschen komisch aus sag ich jetzt mal ich bin ich da also ich will jetzt wie ich kann sind echt cool beim beim dieb also jetzt einfach mal die wenn es ein bisschen anders heißt finde ich echt cool auch mit dem verstecken und so das ist echt cool weil man einfach mit dem kampf einfach sagen kann man kann man ja vielleicht doch die unter dem bogen sagt sagt und komm weg und dann die dahinter und wer fresse also die können wir durchsuchen vielleicht den bogen ja nur das gold ich will dich das gold ich will den bogen haben oh man scheiße dass wir den bogen damals übersehen haben wie viele gegner sind ja aus dem maul geben dreimal die attacke damit schon auch tot wo ist denn die da unten irgendwo wasser jumpen hier sollte die gute sein hier ist jedoch der risa die gerissene servus ich dachte jemand hat die schlammkabel maul halten schwangerschaft heißt der ok wie schön sich auch die arme ausstreckt ich habe alle drei gefunden sie sind in sicherheit dann sind wir ja fast fertig außer meinem ersten mat der rigor sind alle raus okay wir müssen uns das auch noch retten was solltet ihr machen während ich der rigor rette ich werde ihre kajüte aufsuchen um mich für die gastfreundschaft zu bedanken die sie meiner mannschaft hat an der dank kommt sobald ihr der rigor freigelassen habt ihr solltet ihr wirklich auch mal guten tag sagen mache ich lebt wohl mehr bräuze wir sind so ok das heißt wir müssen wieder hoch und auf das schiff begeben weg mit dir so dass noch mal zwei kurz verbergen dann in die frisse es wird erstmal einen töten ja sehr schön oder hänge hergezogen das sind sie geduld die alles was sagen der ersten fähigkeiten des kriegers dieses herz ihn mit so einem zu einer feuer kette ist anscheinend von unten rein ja ne höher da wäre der weg gewesen fischer benötigt ein kühler ich kann hier fischen ok weiß nicht warum ich es tun sollte aber ich kann es so hier kommen wir doch bestimmt hoch ja in skyrim gelernt man kommt irgendwie jede wand hoch so begleiter war da schön schön ne radde die will man jetzt aber nicht ausschalten wir wollen hier den schlüssel zum lagerraum besorgen entschuldigung herum gehust hier ich wollte sie auch noch mal treffen so ne das ist die kajüte da muss ich nicht hin hey komm her so hab ein hit immerhin gegeben da unten sind ein paar es geht kurz versteckt einfach so war es spaß so erstmal den Haltabschneider hier die brigantin ich habe keine chance ah fuck ich wollte grad blocken da schreit ihr erst mal ne runde tschau da ist noch eine ich sehe es nicht wenn die mächtigen Angriffe machen ich muss mir das da muss ich echt blocken wenn die mächtigen Angriffe machen die haben hier einen Haltrand geschluckt ich glaube es ja nicht piste ich und hier in dieser Kassette äh warum Lagerraumschlüssel Festchen durchsuchen wir auch noch ein bisschen Minz Chai hier noch nichts ne Ratte ne Tote jetzt sollen wir Dirigor retten alles klar machen wir so rein hier Lagerraum der Bluthexe gehen wir mal hinein und retten den guten alten Dirigor mit der Schwangerschaft da ist er schon wer in aller der drei Namen seid ihr eigentlich hat Lerisa mich geschickt um euch zu retten ja ha ich wusste dass sie davon gekommen ist Helani sagte zwar sie hätte sie Kiel holen und erschlagen lassen aber ich wusste es besser natürlich natürlich so ist es mein Lieber haltet still Kapitän Lerisa lässt niemanden zurück so jetzt sollen wir die Kajüte von Kapitän Helane äh betreten alles klar haben wir dem jetzt noch einen Hit gegeben ich hoffe es doch ich will jedem mindestens einen Hit geben den ich sehe so gehen wir hinein in die Kajüte Moment ihr sagt ich mein was habt ihr habt ihr mich vergriftet? hä? was? ah Helane alles ok? ich zerlege euch wie eine Mastsau schneide euch eure Augen raus oh glaube ich nicht mehr dass du es kannst wie ihr es mit meiner Mannschaft getan habt nein das wird nicht nochmal passieren oh sie ist hingefallen oh schein euch nicht zu bemerken da reden wir mit Lerisa siehst du aber schick aus was habt ihr ihr angetan? das weiß ich nicht ihr habt nichts gesehen du kleine Gerissene ja er ist frei ich mache mich lieber auf den Weg ich habe meiner Mannschaft gesagt dass sie sich am Strand versammeln soll ich werde mich vergewissern dass es alle raus geschafft haben trefft mich dort und wir klären dann alles ich lasse Helane hier einfach sterben ich würde gerne hierbleiben und dabei zuschauen aber ich habe leider keine Zeit wenn ihr wollt könnt ihr hierbleiben eigentlich ist es ihr eigenes Gift für Sklaven die nicht gehorchen wollen es gibt dann Gegenmittel in ihrer Kommode falls ihr ein zu weiches Herz habt ok was würdet ihr tun wenn ich Helane das Gegenmittel geben würde? ich wäre wohl etwas enttäuscht aber das überlasse ich euch trefft mich am Strand sobald ihr hier fertig seid und wir klären alles aber passt auf eure Stiefel auf die wird bald mit dem Spucken anfangen lebt wohl wir könnten wir könnten jetzt gehen oder entgegen Gift geben hm das ist jetzt natürlich also sie ist ja jetzt nicht scheinbar nicht nett zu sein aber sie sterben zu lassen finde ich jetzt nicht wirklich gut deshalb geben wir ihr das Heilmittel einfach das Gegenmittel ihre Kämpfe lassen rasch nach als Gegenmittel Wirkungzeit wahrscheinlich wird sie überleben vielleicht kommt es uns ja nochmal zugute dass wir sie gerettet haben ja weiß ich nicht fände ich jetzt nicht so sinnvoll sie ist zwar jetzt keine gute Frau oder so aber sie sterben zu lassen an irgendeinem Gift ich weiß nicht ich denke mal sie wird ihre Lektion hoffentlich gelernt haben das ist das was ich jetzt hoffe so meine Brigante wenn die diesen schweren Angriff machen ich komme nie drauf klar komm jetzt das war das noch einer aber ist mir auch egal so hier die Halsabschneiderin hä? achso die sind so richtig schnell die Halsabschneiderin ne? ich will einen Bogen einen Bogen will ich haben gib mir deinen Bogen der wird gewinnen mit dem Bogen nicht geben gut dann rennen wir jetzt einfach mal zu Luise Luise Luisa ich glaube so irgendwie so Luisa, Lasa, Lusa du hast einen Bogen das hat natürlich dich sonst hätte ich dich jetzt einfach weitergehend wahrscheinlich hier guck mal da liegt ein Bogen mit Pfeil oh man so kämpft ihr da mal schön ich muss zur Lerisa zugutenhalten Schlawinerin ich muss dir ja nicht sagen dass die überlebt hat muss ich ja nicht nee weil ich hätte die nicht sterben lassen warum denn das finde ich jetzt nicht so sinnvoll so reden wir mit ihr nur ein klein wenig ich habe Helane das Gegenmittel gegeben genau ein Bogen äh ich meine natürlich Helft Kapitän Kalee und ich ziehe ihr großes Ding durch wir kriegen ein bisschen Gold und investet Schmucklos auf jeden Fall alles klar Quest abschließen haben ein bisschen Geld bekommen und so eine komische Weste fühlen wir besser als das Hemd hier die Segenstände gewährt beim Verwerten ok nehmen wir neben Hand und so ja ja das wirkt uns alles gar nicht Rang 5 ja schön ich will immer noch einen Bogen haben wir haben viel Stuff aber ich denke mal das meiste das wir hier verkaufen hat keinen kaum Wert sonst hätte ich jetzt gesagt ja gehen wir zurück und dann können wir uns irgendwie schon den Bogen leisten aber das ist zum Beispiel gar keinen Wert alles deshalb würde ich sagen töten wir die Schlammkrabbe komm her boom boom Junge miese Fight und was jetzt trefft euch mit Kalin ne 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 das will ich nicht oh Moment doch hier muss ich hin ähm Tagebuch Quest und dann hier ah ne das war nicht das ok also den zweiten können wir noch gar nicht äh also müssen wir jetzt zu Kalin zurück alles klar dann machen wir das mal weil es gibt ja noch einen den wir rekrutieren können wie können wir nochmal unser Reittier holen äh ne nicht Hilfe ich will wissen wie ich mein Reittier holen kann ähm das wäre doch jetzt ganz sinnvoll oder hier in der Nähe gibt es keine Steuerung eigentlich ach keine Ahnung das werde ich dann schon nochmal irgendwann rausfinden jetzt laufen wir halt einfach mal oder beziehungsweise schwimmen ein bisschen und so geile Statue von wem ist die so eine würde ich auch mal hier stehen haben von mir das sähe doch schon super geil aus würde ich mal sagen ja sieht schon imposant aus äh imposant äh kleiner Kinderwitz Entschuldigung so dann beginnen wir jetzt mal zu Kalin und reden nochmal mit der und dann haben wir aber noch einen dritten den wir was gibt er dir Neu in Hundingshafen Vorsicht mit den Blutfäusten Wo bin ich Hundingshafen auf der Insel Strossmekai Strossmekai schreibt man das aus Leben und Frieden wünsche ich wenn auch vielleicht anderswo lebt wohl vielen Dank Kasmani mal jemand wenigstens nett ist der uns nicht direkt aus dem Maul geben will äh dann gehen wir jetzt zu Kalin vielleicht nehmen wir von der auch noch ein bisschen Geld dafür ich glaube zwar nicht aber aber wir durch die Beutzung und wir halt Geld kriegen aber ich will ja trotzdem eigentlich alle drei rekrutiert haben wenn es geht also fände ich dann doch schon ein bisschen besser so die ist da oben irgendwo wieder so dann sagen wir dir mal Servus Dank euch könnten wir das sogar schaffen Erzählt mir von Neramo Neramo ist für einen Altmaer schon recht nett solange es einem gelingt über seine Obsession mit den Dwemer hinweg zu sind die Sache ist nur die dass die Relikte die er manchmal in Dwemer Ruinen findet sehr nützlich sein können ja die Dwemer die hatten es ja schon drauf ich werde nach Neramo suchen wo finde ich ihn es gibt eine Dwemer Ruine vor der Stadt bezahlt Neramo ist dorthin um nach Relikten zu graben helft ihm welche zu finden und er schließt sich uns vielleicht an okay lebt wohl war das dann schon Moment war das die Quest hier die wir schon hatten tatsächlich es ist dann hier nee es ist nicht keine Ahnung ähm also wenn wir rausgehen haben wir da trotzdem noch ne ja ja sucht ne Ramo heißt es ist ein reines suchen also kein ich hab irgendwelche Anhaltspunkte oder doch 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 sehr schön also kein wäre jetzt scheiße wenn ich jetzt kein Quest-Symbol hätte oder so um diesen guten alten Neramo zu finden weil dann suchen wir den nochmal dann würde ich sagen versuchen wir dann äh tatsächlich alle mit zum Beute zu kriegen ich denke mal dann ist es auch ein bisschen einfacher und wir verdienen uns noch mal extra Geld dazu weil jeder von denen gibt uns ja dann noch ein bisschen Cash und der ist hier also in so einer Twema Ruine ihr wisst ich steht zu Twema Ruin nicht wirklich gut auch damals in Skyrim hier ne Ramo ja ne Ramo heißt er der Gutform was zuletzt er denn da was ist das ah ne Himmelsscherbe benutzen halleluja zwei von drei da kriegen wir ja immer so einen Punkt hier da ist er ne Ramo ein Wunder kaum zu glauben dass die Twema des alten Wohlenfell bis nach Stross Mekai gekommen sind ok wow warum wollt ihr dort hinein ja wahrscheinlich um irgendwelche Relikte zu finden ne hat Bose gespaß dort hat ok vielleicht kann ich helfen ok also sollen wir diese zwei Fokuskristalle suchen ich werde sie natürlich finden mit den Fokuskristallen kann ich diesen Steuerstab fertigstellen und den Automaten gefahrlos reaktivieren während ihr die Kristalle beschafft nehme ich die entsprechenden Anpassungen am Konstrukt vor ok aber die Twema will ich jetzt nichts wissen wir sind es dort wahrscheinlich ewig die Fokuskristalle nicht Fokusbälle ich würde mal sagen ich beende sie den Part ich hoffe es hat euch es hat euch gefallen wenn ihr da lasst einen Daumen nach oben da schaut in die Playlist dann auf den Kanal vorbei wenn ihr Bekauf mehr habt und ich würde euch sagen seid auch hoffentlich im nächsten Part von The Elder Scrolls Online dabei und ja Peace up und haut rein Amen Amen Vielen Dank.